Du warst so laut! Komm mal auf die Uhr! Was willst du von mir? Du warst viel zu laut! Und das fällst du auch noch auf! Ja und? Haben wir den Bullen vor den Tränen? Nein! Ist die Mama hier? Nein! Ja trotzdem, Mama hat gesagt, die sagt Hallo! Das ist Brady! Komm mal auf, lass sie gehen! Aber, danke Tochter für die Erinnerung! Ich merke mir das für nächstes Ostern! Rudi, warum bist du da oben? Du meinst es für 2019! Ja, willkommen bei Party People Fun! Ja, ich stehe im Busch, Tobi und Busch! Und an dieser Stelle sage ich dann mal herzlich willkommen wieder bei Party People Fun! Party Nation! Party Party Nation! Fun Fun Fun! Ich mache jetzt! Happy Generation! Party Nation! Party Party Nation! Have Fun Fun Fun! It's a happy generation! Party Nation! Party Party Nation! Have Fun Fun Fun! It's a happy generation! Party Nation! So, ich gehe aus GTA raus! Und in GTA rinnen! Dann gehe ich auch aus! Oh, oh! Ja Tobi! Das war ne Leitplanke! Ja! Da war was ganz Neues! Das ist ganz Neues! Das gab es noch nie! I love spinning! Alter! Dein Scheißernst! Ja Tobi! Alter! Ich hab euch Alter! Ich hab euch Alter! Ich hab euch Alter! Socken ist mein Leben! Alter! Nix! Gib it nicht! Wie? Wie? Ich hab das nicht! Ihr darf nicht socken! Nein! Nein! Ach Polly, du bist doch gemein! Nix! Gib it nicht! Ich will aber! Oh! Wow! Alle drei! Der ist fremier ist hinter uns! Ich muss mal die Controller an der Ladung hängen! Hier ist alles leer heute! Hey! Der ist fremier ist über uns! Alles leer! Der ist fremier ist über uns! Der ist fremier ist leer! Der ist fremier ist leer! Der ist fremier ist alles in der Luft! Der ist fremier fliegt! Sag dich sowas! Das lege ich! Was? Was hat der ist fremier doch gemacht! Brülli! Der ist fremier hat auf dich mit den Nacken finneres Zeit! Was? Heißt der Brülli jetzt nicht Brüllo in Zukunft? Ist das jetzt eine neue Spezname? Brüllo? Nein! Brüllo! Wenn für dich! Für dich! Für dich ist der Herr Brüllmaster! Saja! Marcel! Ja! Warum hat der was gemacht? Wer hat was gemacht? Nach der Finger! Ja! Der Extreme war das! Jetzt ist der Extreme mit seinem Auto da! Der Extreme fährt neben uns! Der Extreme Hup! Brülli Hup zurück! Musst du das alles kommentieren? Ja! Ja muss ja! Oh Mann! Wie habt ihr die Antwort, ne? Das ist vielleicht nicht so kommentierer! Weißt du niemand! Ich will nur mein Essen genießen und er labert die ganze Zeit was der Extreme Tobi macht ey! Tobi! Dann! Komm zu uns! Ne! Wir machen grad Tuning! Schreib in der Garage! Oh! Hä? Hä? Wo denn? Hä? Hä? Ja in der Garage! Ja! Wo denn? Hä? In der Garage! In der Brüllo Garage! Hä? 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 Aua! Hä? 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 Huuu? Marci, leg den Ball auf! So, was ist jetzt? Was ist jetzt? Leg den Ball hin! Hä? Huuuah! 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 Wo sind die denn alle? Auf Mini-Kaufplatz! Hä? Rolke den gelben Stein weg! Ok! Ok! Marci! Hahaha! Irgendwo! Ja! Marci! 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 Straßensperre! Marci! Boah! Nicht für den! Boah! Geil! Ey lass das mal so stehen! Wartet mal! Und der nächste! Jawoll! Da ist doch auch nix bei mir! Da ist gar nix bei mir! Hä? Bei mir ist da nix! Wie? Ist nix! Da ist nix! Bei mir sind auch die ganzen Hölzer und die springen da drüber! Ey ich zeige mir mal was richtig macht hier! Oh ne doch ne! Scheiße! Ja! Das ist ein Teil abgefallene! Alles macht da wieder kaputt! Ich bin doch nüchtern! Kann man so sagen! So einen Staub machen? Die sehen gar nix mehr über so! Oder denn? Glühwürmchen! Glühwürmchen! Schon lange keine Glühwürmchen mehr gesehen! Was ist denn mit dem?! Was ist denn hier los?! Der springt hier einfach! Über den 10,20 von meiner Frau! Wann ist denn mit euch da?! Ach ihr seid doch Spielverderber! Scheiß Korps her! Ich fahr dir mal hinterher! Ich fahr dir mal hinterher! Ich fahr dir mal hinterher Bruno! Nein! Ich mein so! Ah! Ah! Das hab ich damit gemeint! Ah! Klasse! Das war heute! Ich muss hier weg! Hier sind nur Irre! Hier sind nur Irre! Und ganz schnell weg! Komm! GUMMI! Wow! Was war denn das denn?! Wer ist vorhanden? Ach ja! Jetzt hab ich wieder nen Steher an! Wir haben hier nen Scheißbullet! Lass mir doch in Ruhe! Was machst du denn? Ich komm nicht weg! Wow! Jaaa, und dann nehme ich hoch! Wow! Ich fliege immer noch, ich fliege immer noch, ich fliege immer noch, ich fliege immer noch, ich fliege immer noch! Landung in den Wix! Neh mal Len heute, ich danke! Der Toon macht auch seine eigene Party gerade, im Schlaf. Brauchen wir einen Weg, der immer weg im Rennen, Alter, was ist das für eine Scheiße, den kann man im Rennen wegnicken! Der spielt im Liegen, bis dann schläft der immer ein. Oh, der spielt auch ab und zu am Liegen. Ne, der schläft auch, da hätte ich auch ein. Ich habe früher immer im Liegen gespielt, aber hier jetzt in der neuen Wohnung habe ich den Platz, und da spiele ich meistens sitzen. Ich denke gerade, es war ein anderes. Jetzt spielt er ein Sitz. Oh Brülli, jaaa! Und der will beht dabei auch immer im Liegen! Das Witzige ist ja, weißt du, der Brülli ist der älteste von uns, denkt immer auch mit einem fassautesten. Der Brülli ist im Kopf zwanzig. Wie ich. Pass mal auf da, ne, du Arsch! Die zielet deine Eichel lang, ey! Angriff, uahhh! Oh nein! Oh nein! Ekelhaft, du warst! Der Brülli ist wieder vorbereitet, auch nicht! Ja, ich auch! Nein, der hat, ooooh! Der hat gesagt zu mir, feuchte Magda! Der hat aber gesagt, ja! Ufff, hat die Knarre ich! Wir haben ja klar, dass irgendwas jetzt kommen muss! Weil er so ruhig war! Weee, danke! Wollen wir die Schausen bekommen? Naja, wie? Ja! Der Pester schießt mich hier ab! Ja, mit der Munition, Alter, du bist doch eine feige Sau! Eine feige Sau bist du! Jetzt musst du dran glauben! Jetzt musst du dran glauben! Das grüchen kann ich auch! Ey, da kommt was geflogen! Jetzt ist was hier! Reiß ich mir langsam mit den Pottel da oben! Drecksicke! Headshot, weg damit! Leuchtspur-Munition! Jawoll! Man darf doch niemals betreten! Wo ist denn der Scheißer jetzt? Was? Die Wachen weggenommen! Ey, müssen schwer hin! Oh, der Ver... Ich bin im Weiß City, bin ich! Ja, ja! Ich hab mich, ähm... Ja! What der shit do, dog! Beim Livestream! Ich hab ganze Zeit der Masi getroffen mit der Kante! Guck mal, wie sie da alle drin hoppen, ne? Schön! Ich seh's mit meinem Werbebild! Wie ihr alle drei auf einem Haufen seid! Ey, Null! Welcher Wichser! Ey, du guckst mir einen Räuber! Melch, guckst mir einen Räuber her! Ey! Als Playform wurde gefallen von... ... hat 300 Dollar... ... erlebt von dem Räuber! Ha, 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 ha! Boah, ich bin doch dicker, ey! Hä? Hä? Warum bekomm ich 300 Dollar? Ich hab gar keinen Räuber angeheuert! Ah, da steht's jetzt! Vom Brülli! Oh, ich hab ein Trophäe bekommen! Volle Rückerstattung! Danke, Brülli! Bitte, Brülli! Ich hab ein PSN-Profil jetzt grad bekommen! Ja, kannst du mal sehen! So bin ich zu dir! Ja! Und du schießt auf mich! Ja, ja! Hä, wo seid ihr denn alle? Ja! Ja! Kannst du ruhig umfahren! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Oh, Schuss! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Brülli! Kleine Jams! 4.60! Meine Fresse! Die kannst doch nicht mal hier zum Kühlschrank eine Flasche Bier holen oder sowas! Ne! Rennfahren! 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 Kleine Jams! 64! 64! Die braucht noch eine Liste! Ida von zuerst das Premium Deluxe-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Führung! Was? Ja, hast du den ganzen Hals! Hmhmhm! Egal! Den ganzen Eis? Den ganzen Eis? He 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 he, komm ich raus, ich! Was? Hä? Wo sind unsere Masken? ALTER! Das ist schlimmer wie kleine Jobs hier! Die Frau macht mich fennig hier! Es gibt keinen Windschatten hier. Da fliegt ein Auto! Da fliegt ein Auto! Kann man da mitfahren? Hä? Nee. Tschüss. Doch! Guck mal, er kann einfach reinkommen. Ey! Was ist das denn? Er zieht den Marsi einfach aus. Heike, guck mal, du sitzt mal da drinnen. Total geil. Was war das denn? Da freut sich der Tobi, ne? Ja, wenn der Marsi da ist, ne? Ja, ja. Da verstehen wir, drei verschiedene Verstehende in der Kühlschrank. Ja, ha, 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 ha. Ihr könnt aber gleich in die Party einladen, ich bin gleich weg. Warum? Aha, nein! Ich muss hier noch... Doch, ich muss noch zu meinem Kumpel in die Werkstatt. Nein! Gucken, was mit meinem Mercedes ist. Ah ja, dann hast du ihn auseinandergebaut, ne? Ne, da ist irgendwas mit dem Einspritzventil, da ist... Also... Ja, ja! Genau! Ihr scheiß... Das Zweideutige in der Kunden! Oh, Mann! Einspritz... Ja, nicht mit meinem Einspritzventil, da ist alles und das in Ordnung. Oh, Mann! Wie ist das Koppkino? Hundewelpen, 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 Hundewelpen! Ich wollte es gerade sagen! Puli, 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 Puli... Ich habe eine Einladung von einem Onkel Fischi... Was? Du hast eine Einladung von einer Onkel? Puli, Puli... Da steht Onkel Fischi... Das ist jetzt nicht wahr, oder? Sind jetzt Tabby und Fischi eine Person? Ja, Onkel Fischi. Wie geil ist das denn, ey? Na guck, ich zeig euch das. Jetzt heißt er auch nicht bimidi babbidi bu, jetzt heißt er bimidi babbidi blub. Scheiße, Mann. Warum klebt der? Wenn er klebt, muss ihn waschen. Da ist ja noch Pfand drauf, dann geh wir so ab. Ja gut, ihr macht das schon. Servus, hört ihr mich? Ja, und? Ja, ich habe schon Generation Zero drin. Ich mache heute eh nicht lang. Ich mache eh nur zwei Stunden. Ja, tschüss, war schön mit dir. Achso, zwei Stunden. Tschüss. Tschüss. Wir sind schon halb elf. Ja, wir sind schon drei Stunden dabei. Boah, ist aber überzeit, ey. Kannst du ja aufschreiben, ne? Und nicht vergessen, die Kohle für die Überzeit. Ja, eine Stunde Überzeit. Wir sind seit 17 Uhr dran. Dann musst du jetzt für eine Stunde Überzeit hier die Überzeit aufschreiben lassen. Was? Ja, weiß ich auch nicht. Der Bruder ist schon wieder blau. Nein, mach doch. Hä? Ich habe gerade die zweite Flasche. Blau und grau. Hallo, ich habe gerade die zweite Flasche. Ich habe vor vier Stunden noch Kaffee getrunken. Aha. Ja. Ich bin gerade mal sechs Stunden wach. Ab geht's, auf geht's, sechs Stunden wach. Mutter. Hä? Boah, das... Ähm, Louis, der hat heute irgendwie die Rammstein im Kopf. Was machst du, Tobi? Die Gnochen? Oh, die Glühweinsau ist tot. Äh, Tante. Sau. Nicht Geld. Kein Geld. Ey, 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 warte. Missglückt. Ich höre jetzt auch zu sehen. Ich bin schwarz. Missglückt? Was ist hier missglückt? Hä, was willst du sehen? Voll im Arsch. Ich bin schwarz. Ach du Scheiße, das ist missglückt und voll im Arsch. Hat das Loch verfehlt. Hä? 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 Ich verstehe dich auch nicht. Was willst du? Ich weiß gar nicht, was du gerade sagen willst, Tobi. Achso. Ähm. Mutschaa! Ey. Ich hab mich versaut. Ich hab mir, Brüll dich hat mir sogar das Video heute angeschaut. Also, die Marlen scheint, anscheinend echt einen Fable für Rammeln zu haben. Mit dem Marzi. Oh, das fängt doch auch an. Die liebt das Rammeln sogar. Jaja. Du hast mir im Video gerammelt. Da hab ich gesagt, da kannst du immer mit dem Marzi machen. Ja. Nein. Ja, hab ich wohl gesagt. Guck das Video. Guck. Guck. Mutter. Louis Möpse, ne? Die Hunde, ne? Mag ich auch. Ja, ich mag auch Möpse, ja. Louis Möpse magst du? Der mag Louis seine Möpse. Vor allem die ganz großen Möpse. Vor allem die ganz großen Möpse mag ich. Wirklich nicht. Boah. Die hellen, großen Möpse. Die auch so ein bisschen bräunlich sind teilweise. Also, die find ich immer am besten. Bin ich froh, dass ich den Stream beendet hab, hey, bei denen. Und die nicht. Und die nicht. Und die nicht. Und die nicht. Aber wir reden schon von Hunden, ne? Ist schon klar, ne? Ja, ja, ja. Na gut. Äh, nö. Mille, nö. Und du? Mille, sagst du den Arm fass auf, wie Hunde. Mille. Mille stellt sich grad bildlich Dinge, Möpse vor. Wie ich sie grad beschreibe. Und ich so Hunde... Okay, scheiße. Nee, das ist ekel. Hunde wolke ewig leben. Warte doch mal. Hör mal auf. Hör mal auf. Hör mal auf. Hör mal auf. Brüli seine Nachbarn denken sich auch, Alter. Warum haben die jetzt nur deinen Hund? Warum eigentlich Brüli seine Nachbarn denken sich auch immer so, hä? Warum hat der Freitag und Samstagabends immer die 3,5 Stunden, warum ist der bitte immer ne Hund? Jetzt Guck mal, jetzt kann er nicht noch fahren, weil er lachen muss. Brüli, was kannst du noch für Tiere nachahmen? Katze Die Ente kann er doch auch Ente? Ente, ja Ente Er will am geilsten Denn ich Gänse mit der Gänse Oh man Was war das jetzt? Keine Ahnung Ein Elefant Ein Elefant, ja Jetzt hat er vom Dach gesprungen Er ist abgerutscht So angenommen? Frau Brülle schreibt Rennen Frau Brülle schreibt Rennen Direkt nächstes Rennen starten, oder? Hä? Was? Ja Ich hab die Frage nicht verstanden Nächstes Rennen starten Brauch keine Frage Ich hab nur noch Rennen auf meinem Laptop Ich hab nur noch Rennen auf meinem Laptop Wille, guck mal Aber mein Auto wird da drüben Mein Auto wird da drüben Ich will mein Auto haben Wie soll man Nächstes Rennen Ey, steht's doch gut Wie heißt das? Sollen wir den Alkoholstrecke machen? Al, 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 Al Rühli, schau mal Warte mal die Stelle Das schläg runter Scheiße Warte mal Ich überhole jetzt den Brülli. Ich bin gegen das Schild gefahren, das war reichlich gestanden, das hab ich gar nicht gesehen, ey. Ich hab's nur gehört, ich überhole jetzt den Brülli. Boom! Oh fuck! Voll geil! Was? Was ist das für eine Kugel? Ist ja witzig. Nein, ich dachte du spielst mit dem Heuhaufen. Nein, ich hab doch gesagt mit der Brülli-Kugel hier. Man soll mit dem Heuhaufen spielen, Alter. Ja, aber die Heuhaufen kann man auch, ich spiel grad mit dem Heuhaufen die ganze Zeit. Du spielst mit dem Heuhaufen? Ja, alles klar. Aber wo ist denn die Kugel? Ich seh die wirklich. Ja, die ist direkt vor mir, direkt vor mir, ja. Ich seh die auch nicht. Ja, genau da, Mille, du bewegst sie gerade. Genau hier ist sie, genau hier. Genau hier ist sie. Ne, ist nicht da. Muss ich nicht. Ey! Ich beschneige den Mille! Der rammelt mich! Jetzt dreht er mich! Ey! Alter, was ist das? Eigentlich doch unfair, warum hast du die scheiß Kugel und ich nicht, ey? Weil wir das Originalspiel haben. Ja! Ich schlank's hier bald da, ey! Branktats, ey! Wir wohnen hier! Jango mit Mille hier, ey! Er sagt, er schreit nicht. Ja, ne neue Kugel! 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 Meine hängt fest, ey! Ne neue Kugel! 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 Ich fang auf zwei Räder! Kugel! Das ist ja wie Sumo hier, ey! Hey! Hey! Hallo! Jetzt haben wir los! Nur bekloppte jeder! Jetzt sehen halt mal wirklich alle die Kugel. Das ist aber gut, dass wirklich jeder die Kugel sieht. Arm auf Mille! Pulitzer wiss ich! Oh, der Heubalm! Doch, rein! Nein, nicht da rein! Boah, ich halte auf! Das ist ja schlimmer wie Sumo! Hallo Tobi! Nein! Hier kommst du nicht rein! Hier kommst du nicht rein! Mach mal Platz jetzt! Mensch! Bumm! Was denn hier macht Männchen? Sie muss andere sein! Sie muss andere sein! Sie geht hoch! Hoch! Hey! Da hinten! Da hinten! Da hinten ist die Auto mal aufhaut! Links! Links! Rechts! Rechts mal nicht! Rechts! Ich halte auf! Ich halte auf! Ich halte auf! Ich halte auf! Ich hab sie! Mille! Warte, warte, weg 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 weg! Warte, warte, weg 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 weg! Mein Auto ist doch Schrott! Weck! Weg habe ich gesagt, Mille! Der Mille muss hier nicht rabbeln! Da lang, da lang! Ich hab sie gerade! Weg, 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 weg weg! Ich gebe Gummi! Wir haben sie gleich auf der Autobahn. Das ist schlimmer wie Sumo hier. Weg jetzt weg jetzt weg jetzt. Ja, ich helfe dir. Du drohst da nicht drauf. Mein Auto qualmt schon, das explodiert gleich. Ich bin raus. Ich muss leider in die Notaufnahme hier. Jetzt geht aber los hier Party People. Ja, das war Party People for heute. Macht's gut. Hau uns zu reden. Wir sehen uns dann wieder irgendwann. In diesem Sinn. Dankeschön. Und auf Brüli sehen. Auf Brüli sehen. Auf Brüli sehen. Ich bin không erfolgreich. Ich bininqu exterminotonert. Ich bin dank Home. Ich bininträchtigt Und ich bin Maschinen. Wir sehen uns dann postanack. Wenn wir das dann machen.